Jansomri, herzlich willkommen zurück zu Ready or Not. Weiter geht's in der Karriere. Ich habe jetzt mal die Mods aktiviert und deaktiviert, in der Hoffnung, dass das Spiel das erkennt und wir somit auch eine Wertung bekommen für die nächsten Einsätze. Oben links in der Ecke sieht man jetzt mittlerweile auch noch meinen Herzschlag, also meinen Puls. Ist vielleicht ganz interessant, falls irgendwie Stresssituationen hier in den Einsätzen vorkommen können. Daher dachte ich mir, ich baue das mal ein. Und ja, die... Oben rechts die FPS-Anzeige ist eigentlich bloß da, um zu schauen, ob das Ganze wirklich flüssig läuft. Weil ich da noch mit den Einschungen ein bisschen am rumhantieren bin. Aber genau. Ich würde jetzt mal mein... Nein, 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 nein. Wir ändern das Loadout erst, wenn wir wissen, was für einen Auftrag wir bekommen. Genau, und die zwei Aufträge, die wir bisher gemacht haben, würde ich dann wahrscheinlich eher am Schluss nochmals versuchen. Um wirklich eine... Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Einfach eine Bewertung zu bekommen. Ihr wisst, was ich meine. Aber wir schauen jetzt mal, was der nächste Einsatz ist. Die Detectives folgen einer neuen Spur zur Hauptquelle eines Methamphetamin-Lagers in Los Buenos. Diese führt sie zu einer Siedlung mit erschwinglichen Wohnungen in 2-13-Park. Lass mal sehen. Äh, kann ich? Ne, kann ich nicht. Sie haben Delta Utility Gloves freigeschaltet, neuer Einsatz verfügbar. Und Officer Carson hat seine Sanitäter-Eigenschaft freigeschaltet. Sehr cool. Ich wollte eigentlich das Feld hier wegbringen, aber irgendwie geht das nicht. Geer up, boys. Our Detectives just hit the jackpot following a new lead for Methamphetamine production in 2-13-Park. I need some door kickers for the job. They booked this tweaking gangbanger for shooting up a 4U station the other day. The fool had a note in his pocket all about this meth lab in 2-13-Park. He was planning on spending his earnings from the robbery up there. How do we know it's legit? Good question. Well, as our luck would have it, a uniformed patrol just happened to drive near the house a few days ago and picked up what they presumed was a hit-and-run victim by the side of the road. It turned out he was a runner for the guys that run the neighborhood. He admitted everything while in the back of the ambulance. He was in a bad way and wanted to clear his conscience. He'd pocketed the cash from this big deal he'd overseen. He was planning on skipping town with this hooker or something like that. They tortured him in the attic of this house and left him for dead. Once the hospital got him stabilized, he sang like a bird. He told us everything he could about this place in exchange for immunity. What sort of premises are we dealing with? We're dealing with multiple. There are two properties, both empty. One went into foreclosure and somehow got lost in the bank's systems. Nobody's touched it since. The second is a house just to the north. The family was killed during a robbery on their way to the airport. The house was being fumigated and it's sat that way empty ever since. Nobody seems to want the thing. But they're just the top layer. Our boy Reese managed to explain that there's a secret garage built under the property. That's where the heaviest footfall is happening. That's where we need to be. We've got the house under surveillance, but Reese gave us the core opening hours. That's when we move. The orders are to arrest at least two suspects at the property for detectives to pursue this investigation. We nailed them and get this lab shut down and it's a big check in the wind column. We won't be welcome in this part of town. I'm sure most of you here know how its residents feel about police presence. So this will be a big crackdown. Be advised that we have no information on suspects or civilians other than the possibility many will be under the influence of methamphetamine and be highly erratic and potentially violent on contact. Not to mention gang activity, meaning the presence of firearms on persons within the meth house, so I would advise you proceed with extreme caution. We don't want to cause a riot, and lethal force is only permissible as a defensive measure. Am I clear on that? Yes, sir. I want us to split into three teams. First team, I want you to take the first property. Sweep it. Arrest anybody that gets in your way. I want that house cleared and the garage held. Nobody gets in and nobody gets out until we've processed them. This mission is just as much about making a statement to the 213 district as it is about anything else. Okay, and the Caravan starts at the point 22, but now begins your preparation, so make sure you do the best out of it. Okay, we have two houses, which both are empty. And with three groups we go into it. In the first house is a garage. Eine geheime Garage. Grösse Anrang zu verzeichnen. Und es ist Ganggebiet. Und viele Leute sind vielleicht unter Drogeneinfluss, daher sind sie unberechenbar. Also Schutzwaffen, Drogen, unberechenbar. Könnte schwierig werden. Wir haben einen Verdächtigen. John Doe. John Doe ist der einzige bekannte Deckname des Mannes, an den sich Julio wendet, wenn er jemanden verhören oder beseitigen muss. Es ist wenig übrigen bekannt. Er ist ein Mitglied der Rebels Rejects, einer bekannten Biker-Organisation in der Stadt. Wenn sich John Doe in einer der beiden Strukturen befindet, könnte er der RSP-D wertvolle Informationen lieben. Okay. Das hängt zusammen mit dem Überfall auf die Tankstelle. Verdecktes Foto. Foto eines verdeckten Ermittlers, der Sitte vom Versteck des Hauses, das eine aussergewöhnlich grosse Menge an verkaufsfertigem Methamphetamin enthält. Alter, ist es ein Wort. Bodycam-Bild. Screen-Grab. Der Bodycam eines Polizisten vom Dach des Hauses, das teilweise den Hinterhof zeigt. Da kennt man ja fast gar nichts. Foto von Rees, Rees Haynes, ist dem Haynes in einem Krankenhausbett im Gespräch mit einem Polizisten. Foto von einem Sergeant am Tatort. Okay. Zwei Stöcke Gehäuse jeweils. Garage, Family Room, Bedroom, Bad, oh yeah. Äh, ups. Okay. Wollte ich nicht. Könnte ich das wieder löschen? Egal. Okay, man könnte somit also eigentlich... Hä? Aufzeigen, wo man durchgeht vielleicht, oder wo man eindringt. So, hier hinten gibt's zwei... Ne, das sind die Türen. Hier gibt's eine Tür. Da gibt's eine Tür. Und die vorder Tür. Man könnte von hinten eindringen, aber da hat man... Oder muss man mit dem... Jetzt kann ich die Karte nicht mehr bewegen. Okay, weird. Ich weiß nicht, das sind die beiden einzelnen Häuser. Erste, erst und zweiter Stück. Sgt. Sanität ich würde jetzt einfach mal für mich das Loadout ist das ändern denn die Waffe hier finde ich eigentlich ziemlich cool und ich würde jetzt einfach mal bei allen Schalldämpfern drauf tun Laserpointer ähm warte wann ist der Endlingszeitpunkt 22 Uhr in der Nacht dann würden wir Night Vision mitnehmen Anorama Nachtsichtbrille ok Night Vision neue Handschuhe haben wir auch bringt wahrscheinlich eigentlich gar keinen Unterschied aber ist ja egal ein 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 ER-Laser okay, das steht jetzt natürlich irgendwie nicht ich würde jetzt mal schätzen der Laser ist für Nachtsicht und zuerst Alpha bei allen schönen Schalldämpfer aufschmeissen und Laserpointer oder Taschenlamm, genau äh, nob Ausrüstung ich weiss, ich brauche wieder ein bisschen Zeit tut mir leid aber wir müssen hier unser Team gut ausrüsten Schalldämpfer okay, die hat keinen Schalldämpfer und ich schätze mal, dass das Spielmittel nicht, weil er ähm, nob so echt ist oder so realistisch dass wir wirklich an ähm nacht sich gerät anziehen müssen so ich kann mich grad bisschen schlecht konzentrieren wenn ich da irgendwie das ganze ausrüste so und nacht sich gerät Gas Gas könnte man natürlich auch nehmen aber würde ich jetzt mal nicht Taser Taser I don't know ob das schlau ist Taktisch würde ich mal lassen bei mir selber vielleicht noch ein bisschen anpassen ich habe eine Taser dabei ein Türstoppen eine Stingergranate zwei Blendgranaten okay dann würde ich glaube ich so hineingehen und dann sind wir bereit dafür warte noch kurz äh Shooting Range war auf der anderen Seite egal was ich ich wollte nur kurz schauen nochmal sicher gehen Schalldämpfer Laser ich weiss halt nicht ob man diesen Laser sieht mit dem nacht sich gerät oh wait okay elf Plätze dann bleibe ich bei der leichten Rüstung doof schon wieder 17 Minuten durch naja let's go vielleicht rüste ich mich beim nächsten Mal einfach offline aus weil das ziemlich äh zeitfressend ist mal schauen okay das sieht weird aus weil die keine Helm mehr aufhaben paar Dinge müssen sie noch verbessern auf jeden Fall weil die keine Helm mehr aufhaben ein paar Dinge müssen sie noch verbessern auf jeden Fall shit nicht echt kann man sieht den Laser okay man sieht den Laser das ist doch schon mal gut was was soll das genau bedeuten dass sie die Mission am Fahrzeug beenden wollen kein Beamter wird zurückgelassen das ist doch nicht das ist doch nicht was soll was soll hier ist es schlau hier einfach so rein zu gehen weil wir ziemlich das ist ungesichert sind ok ich sehe niemanden die Fenster sind doof die Fenster sind doof das ist jetzt doof wissen sie natürlich dass sie schon hier sind element post up and cover moving into place locked how do you want to do it get the shield out bring up the shield ich will trotzdem versuchen weiter leider zu machen ok links ist eine Tür die zu ist das sieht gerade aus in der Tür da rechts sind Kissen das ist echt nichts Tür rechts jetzt auch zu können wir leise kicken öffnen um um all right damit ein öffnen öffnen mit öffnen hier geht hier gut hier blö was macht ihr hier 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 mit die Tür mit mit an 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 آ am a okay out Locked. Wie willst du das machen? Ja Tür für Keilen Leute. Ah 6. Ich hab Acht gelesen. Gold. Spann es. Wir müssen auf der Tür befassen. Wir sind in meinem Weg, Sir. Ich brauche dich überlegen. Ja, ja, gleich, gleich. Locked. Ich find's cool, wie sie jetzt wirklich die... ...verschiedenen Eingänge und so... ...bewachen. Oder decken. Allerdings stehe ich halt einfach rum, wie keiner weiß. Okay. Dann öffnen und... ...kliere. Öffne die Tür. Okay. Geh! Öffne die links. Ich hab nichts hier. Ich hab's. Du hast ihn. Ich schaue ihn. Ich schaue ihn. ... ... ArbeitFirst. Es ist verd maximum. Es ist... Es ist verdient. Es ist verdient. Es ist verdient. Das 86 hier ist. Er hat der Te потрacke leben. Könnt ihr bitte da nach vorne gehen? Danke. Da könnte halt jederzeit jemand rauskommen aus dieser Tür. Ich höre auch Schritte. Da sieht es safe aus. Ähm. Ähm. Eyes on over there. On it. Watch there. Got it. There. Move. Heading out now. Watch the threshold. Okay, das ist ziemlich geil. Und dann kann ich dort einen Weg nehmen. There, go. On my way. Deploy shield. Drop it and put your hands up! Drop the fucking gun! Get on the fucking ground! Hands up! Suspect is incapacitated. Talk to element. Copy. EMTs and trailers are standing by. Over there. Moving out. Move there. On the way. He's dead, bro! Yo, man. Die as fuck as dead. Kann ich irgendeinem sagen, bitte, mir folgen? Search and secure the area. No! Move there. Moving out. I'll bag it. There. Hands on you. Going to talk. Element to talk. Got one down. Suspect is ready. Hands up. Do it and put your hands up. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Stay on me. You're back. High ground to talk. One in custody. Talk to entry team. Great care. Entry team to talk. Collecting evidence. Cuff him. I got cuffs. Ready to hit the... Good to go. Move in and clear it. Doing it. Doing it. Going in. You can't wait. I can't wait. I can't wait to see the news report. High ground to talk. Bagging it up. Okay, and where is your weapon? die haupte schon okay gut stay on me on you gold team move over there heading out now blaues team bleibt dort rotes team hier folgen bitte over there post up and cover knowledge there is a child and over the tour open and clear swap got an opening up ahead check in the bed good idea empty over here no contacts and the tour is clear okay then we have everything element to talk civilian is injured requesting teams to play medical assistance is standing by okay let's get it down on me move got your back putting down a chemlight okay move to my front heading out now provide cover on the move on me i'm with you move in and clear it roger komm schon blaues team move in clear it roger okay good as he the shield nimmt opening on the right looking under the bed shit clear okay plan blaues team tap dream door is unlocked go Rödes Team. Und dann goldes Team. Ja dann unlockt halt die Tür man. Rödes. Alle Teamen. Dann unlock ich halt die Tür. Und dann äh... Öffnen und klar. Verwärts. Nein! Auf meine 6. Ich hab dich. Rödes Team. Lass die Stärke an dieser Tür. Hallo? Okay und blaues Team hier hin. Hier muss dann noch ein bisschen... Bleue. Split and cover. Acknowledged. Undone? Und dann... Element. Äh... Blödes Team. Blödes Team. Ich check's ehrlich gesagt nicht mehr. Wie das genau funkte mit dem... Exekuten. Zu sagen. Gold. Blue Team. Split the door. Doin it. Gold Team. Gold Team. Red Team. Exekute. Red Team. Red Team. Element. Element. Ich check's nicht. Ich glaube ich muss dieses Tutorial nochmals machen mit dem Execute. Ich versteh's nicht ganz. Ich versteh's nicht ganz. One. Möge. Hjau. Lass dir die even mit dem Meerraum. Schlacht. Bleib. Schrauben. Gebrauchen. Gebrauchen. Schrauben. Schrauben. Okay dann... Ist... Lightstick. Leiden. Du Gate. Es ist noch nie. Hier rüber zu gehen finde ich ja finde ich nicht so gut wenn von links und rechts offen ist auswählter gut hier dynamic movement move and clearly Du bist auf meinem Weg, Sir. Ich brauche, dass du überraschst. Schwierig mit mir. Geh in! Okay, ziemlich dunkler Raum. Sieht fast gar nichts. Auf jeden Fall, eine muss hier hin, bitte. Ey, no! Red. Und bitte schau, Schild. Hab ich sie jetzt aufgeteilt? Egal. Okay, dann gehst du. Ehring, bitte. Und dann exekuten wir das. Und dann schau. Ich stehe. Aufheben auf der Seite. Aufheben auf der Seite. Polis, auf die Seite. Das hat jemand vor mir vor. Geh auf der Boden, jetzt! Geh auf und schau dich auf. Okay, sieh. Ich bin hier für dich. Ich habe mich nicht getan. Entfernt zu sprechen. Wir haben ein Ziviler in Kustodien. Talks zu sprechen. Roger, die Trailer inbound. hier habt ihr geschaut? ja es könnten noch ein bisschen dauern bis wir diesen Einsatz hier abschliessen weil ich ziemlich vorsichtig vorgehe aber halt Geh rein! Ich habe nichts hier. Jetzt gehen wir hier nicht raus. Wir gehen rechts rum. Also sprich... Ganzes Team bitte mir folgen. Die Tür ist noch zu. Das Radrumzugehen ist auch nicht so schlau. Wie ist das? Das weiß ich nicht in den Haken. Wie ist das? Das ist wohl nicht. Das ist verabschiedet. Entry denied. Gehört haben sie uns sicherlich schon. Eine Person unbewaffnet. Links auf eine Tür. Links eine Waffe. Also eine Flashbang rein, würde ich sagen. Ja. Shit. Rame. Launcher. Execute. No! No! Get down! Police! Get down! Hands up! Do it now! Hands up! Hands on your head! Move! Hands on your head! Moving! Opening. Opening. Opening here. Tock. Tock. Tock, please. This is Tock. Roger, entry team. Great work. Keep going. I'm going! Heute geradeaus war auch einer. Good here. You boys like asbestos? First the room for contacts. Affirmative. Okay, eine Person unbewaffnet. Red. Blue team. Junge. Red. Hey. Okay. All teams. Cover my movement. You're good. Split the stack and provide cover. You're good to go. No problem. Element. Cover the area. No problem. Stürmen. Unlocked. Eintreten. Take it down and clear. Affirmative. This is a nightmare. Die Tür war doch offen. Hands up! Now! Down on the ground! Hands up! Hands up above your head! Stay on me. Behind you. You'll be okay. Offen at threshold rates? Civilian is cuffed and good to go. I need to get out of here. I need to get out of here. It's secured. Talk to Entry Tür. Roger. Trailers inbound. Move in. Clear the room. Stacking. Breaching! Got an opening of that. Suspect incapacitated. Talk to high ground. Roger that. Medical assistance is standing by. I'll zip it up. I'll get it. Blue. Enter the room and clear. Confirmed. Swapped. Move in. Opening on the right. Opening on the left. Tim light out. Talk. Evidence bagged. Have we actually done something wrong? We're going in. Nothing here sir. Okay. Okay. Bisher haben wir alle erschossen. Das ist doof. Sprich, müssten wir noch ein bisschen besser aufpassen. Dass wir die irgendwie dazu kriegen. Ihre Waffen. Lead the talk. Collecting evidence. Provide support. I got you. Red team. Hold position. Standing by. On me. Move. You got point. Wir haben zwei Öffnungen. Das ist doof. Post up. Moving up. Move and clear. Blue team. Stinger. Stinger. Get down on your knees. Restrain them. Down on the ground. Move to my front. Restrain him. Sting. Sting. Good to go. Opening on the left. I have also seen Sting in the right. Need to talk. Need to talk. Evidence secured. Chem light out. Red. Split the door. On in. It's open. We're good to go. Enter and clear. Stacking. Let's go. Okay. Noch mehr Labore. Aber da sieht safe aus. Irgendwas gefunden. Nix. Okay. Split and provide cover on this door. Get into position. Damn it. Locked. Need you to move. Get down on the ground. Move. Get down on the ground. Now. Police. Hands up. Drop to your knees. No. Not good. Hands up. Drop to your knees. Das ist kein Labor. Das ist eine Tür. Das ist eine Tür. Okay, die geht drüber. Sonst haben wir hier alles. Glaube ich. Der blaue Held da hinten bitte kurz. Und ich gehe mit rot hier hinein. Und haben wir diese Tür auch gesichert. Oder diesen Raum. Sehe ich gerade niemanden? Red Team. Geh die Tür und geh in. Konfirmiert. Let's go! Die Stadt auf deinen verdammten Knochen jetzt! Ich werde es bekommen. Im Badezimmer. Auch clear aus. Ich öffne die Tür. Dann. Öffne ich die Tür. Hat so nichts. Chem-Line. Auf mich. Behind you. Keine Ahnung, wo du hingehst. Oder wo du hingegangen bist. Jetzt haben wir da diesen Dachboden. Der ziemlich heikel ist. Gold. Auf diese Bereich. Kopier das. Dynamische Bewegung. Flaschen clear. Flaschen. Oh. Gemacht. Habt ihr das? Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Hände hoch. Auf deinen Knochen. Ich komme runter. Ich will die Hände sehen. Auf deinen Knochen. Hände hoch. Geh die Hände hoch. Auf deinen Knochen. Put your fucking hands up. Hands up now. Drop to your knees. Talk reporting. Copy. EMTs and trailers. Get down. I want to see hands. Okay, sie sind safe house vorerst. Den Typen habt ihr. Den habt ihr. Okay, gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Turn around slowly. Those clear over here, boss. Also, die habt ihr übersehen. Hey, man. Hätte mich einfach abstechen können, wenn sie ein Messer drauf hätte. Civilian restrained and ready for transport. This is talk. Rock of them. Trailer's on route. Ansonsten clear der Dachboden. Du hast keine Waffe mehr in der Hand. Ansonsten clear. Ich. Okay, schade. Geh nicht. Ich wollte eigentlich gerade ein Thumbnail machen, aber ich kann meine Cam nicht ausschalten. Doof. Alright, dann alle mitkommen. Dann haben wir, glaube ich, noch ein anderes Haus. Oder die Garage. Nee, den Garten haben wir ja noch. Der völlig offen ist. Beim einten Haus und hier hinten, glaube ich, auch. Und hier ist übrigens noch eine geschlossene Tür. Okay, clear. Gute Frage. Gehen wir rechts raus? Ich würde sagen. Wir müssen nur aufpassen, dass... War die Tür vorhin schon offen? Ist niemand anderes? Es sich bewegt hat. Blue, move over there. Ich gehe raus. Okay, hier gibt's nix. Und den können wir nicht öffnen. Gold Team over there. I move blue team. Gefährlich, gefährlich. Move to my front. En route. Okay, sieht safe aus, aber da ist ein Eingang. Kann ich die Tür retchen? Okay, die kann ich retchen, okay. Dann... Okay, thank you. Dann habe ich mich gesehen. Tag ihn und weiter. Ich hoffe, ich bin Motorsport. Auf mir, move. Auf mir. Auf mir. Zip ihn. Ich habe Cuss. Aus der We Ich hoffe mal, ich habe die Waffe mitgenommen. Okay, alles safe hier. Können wir wieder zurück. War gut, dass ich die Night Vision mitgenommen habe. Ja, lass mal den Kopf nicht so in den Sand stecken. Was ist das? Red, provide cover. On my way. Post up and cover the area. You gonna move? Stack up. Irgendwie ging das wieder nicht. Und da hat sich das Spiel verabschiedet, Charlie. Ja, und herzlich willkommen zurück. Ich bin nicht so wieder bei der gleichen Stelle angelangt. Diesmal war es ein bisschen intensiver. Würde ich sagen. Wir hatten gerade hier grossen Feindkontakt. Als wir die Tür nach hier draussen durchgegangen sind. Und, äh, ja, jetzt sind wir wieder hier. Ungefähr an der gleichen Stelle. Ich wedge die Tür jetzt hier mal wieder. Irgendwo da oben ist auf jeden Fall jemand. Habe ich gehört. Den Garten haben wir noch nicht gesehen. Das Haus habe ich gesehen. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Danke dafür, dass ihr ihn gemacht habt. Den hätte ich übersehen. Hier drin ist alles noch safe. Okay. Hinten auch alles safe. Ja, dann gehen wir da wieder nach oben. Ja, hier habe ich glaube ich noch nicht geschaut. Hinten. Hände hoch! Auf die Knie! LFG, Hände hoch! Hände hoch! Ich schaue ein Chem-Light. Hände hoch! Mach es jetzt! Du wirst nicht mehr so weit! Element nach vorne. Subjektiv zu uns. Element nach vorne. Roger, IT. Great work. Weiter geht's. Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Ich glaube, statt hinzuschlagen. Aber war ja dann auch besser. Weil es sich schon ergeben hat. Das Gewetscht. Das heisst, die Tür können wir vorerst in Ruhe lassen. Ich würde, glaube ich, eher hier lang gehen. Hier oben ist zu. Uh! Das ist ein Grafikpack, glaube ich, oder? Das ist kein... Keine Springfalle. Dann stürmen... ...mit der Ramme... ...und trotzdem bei einer Blendenkanade rein. Die Musik setzt wieder ein. Oben geht's nicht lang. Anreden... Ähm... ...dann sind die Dateien. Echt? Eigentlich würde ich ihn gerne... ...tauschen sie mit. Okay. Ich kann niemanden nach vorne schicken mit dem Shield. Flash, go! Bitte macht die Flashbang gut, Junge. Wenn auch jemand die Flashbang macht. Kennt jemand von euch? Okay, dann halt ich. Okay, ich habe keine mehr. Okay. Der, geht! Ich gehe. Search und steuern die Bereich. Move over there. Auf dem Weg. Okay, ich glaube, der ist tot. Leute, was macht ihr? Was sind das für die Scheißgänge? Ich bin ein Mann, bitte. Okay, ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Gut. F**k. F**k, 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 f**k. Fast gestorben. Das ist die Untergrundgarage. Go, 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 go! Bin ich gefährlich hier? Bin ich gefährlich? Wir müssen zuerst das hier. Hier. Alles wirklich clear, Leute. Einen Schrank. Hu, hu, hu! Unterstützung bitte! Ich weiss nicht, ob ich ihn habe. Stack up. Move in and clear it. Go, go, go. Swap. Opening on the right. Hands up. Okay, okay. Shit, ich habe gar keine Muni mehr. Cuff him. Make him secure. Hands on your head now. Keep your hands up. Arrest him. Get on the ground now. Shit. Shit. Er hat die Knarre gezogen. Making it safe. Von wo kam der eigentlich? Kam doch von hier. Wahrscheinlich von hier draussen, ne? WTF? Ist das hier vom Zeugs? Die Waffe habt ihr gesichert? Ja, gut. Bei ihm auch. Ich hoffe es mal, ne? Let's get it done. Search and secure. Roger. We're gonna pack it up. Was ready to pack it up? Ende der Mission steht oben links, ich weiss. Aber... Die Garage hier habe ich zumindest noch nicht wirklich durchsucht. Aber hier gibt's nichts mehr. Okay. Fallen hinter mir. Ich hab' dir zurück. Äh... WTF? Alright, dann haben die's. Glaube ich. Kurz auf dem Tablet schauen, wie's aussieht. Okay, vielleicht nicht mit Night Vision. Wir haben alles erledigt, was zu erledigen ist. Dann können wir ja zurück zur Bearcat gehen. Und uns von hier verpissen. Sind noch alle hier? Jups. Boah, das sieht schon echt geil aus mit den Effekten. Nein. Nein. Außerhalb. Nice. Konnten wir die Mission doch noch fertig spielen. Boah, was ist denn das für ein geiles Graffiti? Das wäre cool. Können wir irgendwie einsteigen? Wahrscheinlich nicht mehr. Egal, wir haben's. Talk to Entry Team. Copy that. Put them on safe and let them hang. Great job. Wieso Mod erkannt? Ich habe keine Mods aktiviert. Fuck. Okay, Evidence haben wir nicht alles gesichert. Doof. Aber Klasse A. Also Bewertung A, sehr gut. Ängstlich, ängstlich, gestresst, gestresst. Nachricht vom Doc. Ein paar ihrer Leute sahen nach dem letzten Einsatz dämlich erschöpft aus. Wir haben Platz für ein paar neue Überweisungen an den PUD, aber vermutlich nicht für alle. Sprechen Sie mit Ihrem Team und wenn Sie das Gefühl haben, dass einer von Ihnen Gesprächsbedarf hat, melden Sie sich. Ich muss Sie wohl nicht daran erinnern, dass Officers nicht mehr am aktiven Dienst teilnehmen können, nachdem die Überweisung bei uns eingegangen ist. Ich empfehle Ihnen, sich genau zu überlegen, wen Sie überweisen und wann. Okay, die zwei sind gestresst nicht so gut. Eigenschaft Friedensstifter entriegelt. Ich glaube, die zwei, die gestresst sind, müssten wir wahrscheinlich dem PUD übergeben. Damit Sie wieder ein bisschen runterkommen. Sie haben Indoor Research Iron Cyclops freigeschaltet. Sie haben einen Offizierplatz freigeschaltet. Neuer Einsatz bügbar, die Spinne. Officer Carter hat seine Friedensstiftereigenschaft freigeschaltet. Alright. Cool, cool. City of Los Suenos. Chief Police. Hallo. Kann ich jetzt hier was machen? Mich offensichtlich bloß umschauen. Oh, nice. Hoarding Cells. Das haben wir hier also die Verdächtigen eingebuchtet, die wir wirklich festgenommen haben. Wo ist das denn bitte? Für Gangmitglieder. Keine Ahnung, was der ist. Aber die zwei sind auf jeden Fall von dort. Wirklich echt coole Details hier. Muss ich sagen. Was ist denn das hier? 911 Dispatch. Können wir leider nicht hinein. Aber der Raum sieht ja auch mal ziemlich geil aus. Sehr cool. Please rate our service. Officer Phillips, call 4724. Officer Phillips, 4724. Ich würde jetzt interessieren, ob wir im Evidence Room noch was Neues haben. Oder auch hier im Detectives Büro. Hm, ne. Sieht mir jetzt nicht so aus. Hm, lecker Hamburger. Ob da was Neues ist. Ich gehe mal kurz in den Evidence Room. Dann würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge, wie es um unsere Crew steht. Produktmuster. Ein Glas mit Fragmenten des Methamphetamines, der Los Locos. Ein handgeschriebenes Etikett beschreibt das Gewicht des Produkts, den Strassenverkaufswert. Den Fund oder das Datum der Funds unter dem Namen des forensischen Spezialisten, der es sichergestellt hat. Okay, sehr cool. Das heisst also wirklich, äh, dass sich der Evidence Room mit echten Evidences füllt. Nachrichtenaustausch. Ein Nachrichtenaustausch auf dem Handy eines der MEF-Köche, der sich auf Spanisch mit einem Boss der Los Locos unterhielt. Das Handy scheint kaputt gewesen zu sein, wurde aber von der LSPD repariert, um wichtige Informationen zu extrahieren. Echt coole Details, wirklich. Das Spiel hat ein paar Bugs noch, hier und da. Und muss ein paar, muss ein paar Dinge noch verbessert werden. Zum Beispiel das mit den Mods, ist irgendwie weird, weil ich habe keine Mods aktiv. Gar nichts. Und das sagt das Spiel, Mods werden aktiv. Obwohl das nicht der Fall ist. Und deswegen zählt die Wertung einfach nicht. Piku Miku-Chan, eine seltene Figur des Anime-Charakters Piku Miku aus der beliebten Zeichentrickserie Shingami. Wurden nur 50 dieser Figuren hergestellt, von denen viele von Hexon Studios an beliebte Streamer, darunter Michael, verschenkt wurden. Der Artikel wurde von der Forensik sichergestellt, da die Figur eine Vielzahl unterschiedlicher DNA-Spuren aufwies. Hier sollten sie besser Handschuhe tragen. Auch cool. Würde ich jetzt bei mir zu Hause auch noch aufstehen, ehrlich gesagt. HRX-Shot Miner Eines der weniger bekannten Nebenprojekte von Mindshot, der HRX-Bitcoin-Miner, ist in der Lage, täglich Gewinne von fast 800 Dollar zu erzielen. Der HRX-Miner galt als sehr begehrtes Objekt und war nur für sehr wenige Content-Ersteller verfügbar und bestimmt. Hauptsächlich erhielten ihn diejenigen, die an einem von Mindshot angeleiteten Bitcoin-Betrug teilnahmen. Im Wissen um die fehlende Moderation durch Open House blieben die teilnehmenden Streamer auf der Plattform und profitierten von ihrer leichtgläubigen Fangemeinde, die auf den Betrug hereinfiel. Gleichzeitig konnte das Unternehmen Einnahmen mit ihren neuesten Ausrüstungen generieren. Okay. Interessante Fakten. Ja gut, dann hätten wir das. Der sieht ziemlich gelangweilt aus. Ja und dann eben, wie gesagt, schauen wir in der nächsten Folge, wie es um unsere Offiziere steht. Und somit vielen Dank fürs Zuschauen nochmals. Ich hoffe irgendwie, ich konnte das noch ein bisschen zurechtschneiden, damit das alles passt. Und wir diesen Auftrag trotzdem abgeschlossen haben. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Ready or Not. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Drop the gun and let her go. I'm not going in! So, are you ready?